ja das kann meine kleine auch die geht jetzt in kindergarten das kann das schafft sie auch sie machen ja ja das ist ja machen sie das lassen sie machen und das ist nämlich eine interessante erfahrung sie schaffen es nicht nicht mal ein gekribbel schaffen sie diese die nie die mir das gesagt haben die haben dann ihrem kind musste hören leinwände gekauft und farbe und das kind hätte dann malen müssen eigentlich eine gute situation aber man merkt dann was für ein herausfordernd